jo leute was geht und willkommen zu diesem neuen video auf meinem kanal wie ihr seht bin ich diesmal in clash royale drin und zwar machen wir ein mini chest opening und ja ich bin gerade bei 5054 pokalen und mein rekord war bei 5166 pokalen und ja jetzt fangen wir mal einfach mit den kisten an die machen wir alle auf und und bald haben wir auch die legendäre kiste ja und jetzt machen wir zuerst die alle auf 5000 gold ist nicht schlecht für einen zweiten play spieler epische tauschmarke epische truhe pecker sehr wichtig ich hätte mir an dieser stelle eher balloon gewünscht denn ich greife zurzeit nur mit balloon an aber schade die truppen sind auch nicht schlecht wieder 5000 gold bei der truppe ich nehme die neue truppe die finde ich da aber noch nie benutzt und legendäre truhe ich hoffe dass wir den holzfäller bekommen oder schade denn der holzfäller wäre mir wichtig und den inferno drachen aber leider haben wir prinzessin bekommen ist auch nicht schlecht wieder gold jetzt haben wir 15.000 gold insgesamt bekommen eine legendäre tauschmarke und eine riesen truhe und eine riesen truhe Bowler finde ich auch ganz gut Tesla oh mein gott eine legendäre aus einer riesen truhe krass holzfäller kommt schon elektromagie auch nicht schlecht und wir haben eine legendäre karte aus einer riesen truhe bekommen das ist sehr krass denn man bekommt das nicht so oft geile truppe und ja jetzt kommen die weiteren truppen fangen hier mit den silber chest an magietruhe vier kobold käfig 64 feuer geister ein wächter 15 ofen ich glaube nicht dass wir jetzt eine legendäre bekommen und da ist doch eine legendäre komm schon holzfäller wieder leider kein holzfäller aber dafür eine gute legendäre karte so jetzt kommt noch die hier wie gesagt ich bin ein free to play spieler und daher auch den battle pass nicht gekauft so wir fangen ganz oben an 1000 gold so die machen wir auch kurz schnell auf und ja es werden aktiver videos auch in clash royale kommen chest openings und die events die ganzen turniere werden wir versuchen mitzumachen ein paar preise zu gewinnen das heißt die ganzen tauschmarken gold und so weiter und ja und ja und ja und Untertitelung des ZDF, 2020 Und das ist auch die letzte Prohe, hoffen wir mal auf eine legendäre, schade, aber egal, das passt auch so Und das war es dann auch schon mit dem Video, ich würde mich über jeden Daumen hoch und Abo freuen, tschüss, bis zum nächsten Mal, haut rein